genauso wie dieses scheiße ich kenne ein lied und das geht jedem auf die nerven jeden auf die nerven ich kenne ein lied und das geht jedem auf die nerven ja mir zum beispiel so gehe hoch und wunderbar wieder mal so eine scheiße hier ja ich raff da echt nicht so komm schon ja sauber alles klar alles klar ich kann ein lied und da geht keinem auf die nerven außer mir selbst und mir geht ich selber ich gehe mir selber auf nerv ja wo soll aber ich habe schon keinen bock mehr auf das kack spielen ja wo soll das denn jetzt eurer meinung nach hier weiterlaufen ne wie soll er denn weitergehen soll ich jetzt da oben drauf vielleicht soll ich jetzt hier eine runde kaffee trinken gehen soll ich hier drauf vielleicht ja treffe ich nicht kannst mich mal gerne haben ich will jetzt da hoch also geh da hoch trifft er nicht die entfernung dürfte geringer sein trifft er auch nicht ja toll toll super ich glaube das kann ich mich aufregen hier in dem spiel weh du kommst da nicht drauf Junge ich schlag dich so habe ich jetzt hier von was habe ich was gewonnen habe ich einen preis gewonnen geil ich habe noch so eine scheiße gewonnen ja es geht nicht wie stellst du dir das vor du blöder mensch so komm geh ja ist mir jetzt egal ob ich getroffen werde oder nicht so übel neue aussicht oh nein 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 ey das ist einfach unfair ach so ey ihr wollt mich doch eigentlich ganz verarschen oder ihr wollt mich doch richtig ärgern hier in dem spiel ne ihr könnt euch mal selbst ärgern guckt euch doch mal an ich weiß ich habe extrem hass gerade auf dieses spiel guckt euch doch mal an was ist das für ein kack ich komme immer weiter runter anstatt höher da ist ein fail drin boah leute wenn ich das nicht gleich schaffe dann dann mhm können wir mich aber mal erleben wenn im neiiiinn nicht im ernst neiiinn warum muss ich denn jetzt weißt du was geh einfach da drauf so mach einfach so nimm deinen scheiß behinderten regenschirm und halt die fresse junge boah hallo das spiel ist ja am anfang geil gewesen mittlerweile regt mich das dermaßen auf dieses spiel weil ich einfach diesen diesen raum hier absolut hasse ich mein was soll denn so ein scheiß raum können die nicht vernünftige räume machen gibt so viele vernünftige räume hab ich noch irgendwas zu futtern nein kann ich mir knochenmehl kraften ja kann ich mir bringt mir das was vorher soll ich halt wissen egal kann ich nicht essen so ähm ja nein das war falsch it was wrong und wie es wrong war ach toll aua nein bitte nicht wieder ok äh wo geht's lang wo geht's lang ey da sind ey da sind so komische blöcke man ich will zu dem ich will zu den blöcken da will ich voll heben ich will zu den blöcken da will ich joe heben warum gehst du nicht du fette scheiße es reicht mir bald ich beiße keile ja toll leute bin ich eigentlich total behindert hab ich ne chronische ich kann doch einfach hier hoch warum bin ich denn nicht hier hoch ich war hier schon mal aber warum bin ich denn dann nicht geblieben weil es mir nichts gebracht hat kann das sein ja kann sehr gut sein mhm hat das nicht geklappt leute ne ich krieg langsam wirklich richtige aggressionen bei dem spiel wenn ich ehrlich boah so viel dummheit auf einem haufen ey die kommentare von wegen hau du noob oder so könnt ihr euch echt sparen ich boah ich krieg dann noch mehr aggressionen ich mein muss ja echt nicht sein was soll denn der scheiß hier es regt mich schon genug auf das spiel weil es einfach null stringenz hier gibt momentan regt einen richtig auf anstatt dass die mal ein vernünftiges level programmiert nein 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 warum kam ich denn nicht von da oben auf die scheiß Pyramide wir sind für die scheiß level zuständig oh ja das stimmt so jetzt aber von hier aus kann ich doch hier wieder drauf boah in welchem schwachen dummen blöden total behinderten augenblick bin ich eigentlich auf die idee gekommen ja würde ich jetzt gerne mal wissen da runter zu fliegen kann mir das mal jemand sagen ich kann hier null machen mir bringt das ganze null ich bin gleich tot sauber sauber oh ich hab's geschafft aha nein und wieder auf der Kackpyramide geh doch nach Hause du blöder Penner entschuldigung ah ich hab ne neue Chance ah so okay so auf mein friend kann ich da bestimmt kommt ja gibt es mir sauber so ich bin hier oben ha 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 leute ich bin eure beute ja und jetzt toll super geil jetzt kann ich hier um jetzt online oh mein ich bin wieder ich war böse so ja was bringt mir das denn jetzt habt ihr ja toll gemacht muss ich schon sagen kompliment aber irgendwie bringt mir das null kann das sein oder biete ich mir ein ich späte mir ein dass ich verkackt hab ok noch einmal so und hier oh aha ha 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 schön und jetzt bin ich hier fast oben da ganz hoch komme ich eh nicht mehr im leben frage ich mich eh wie ich da hochkommen soll frage ich mich eh das frage ich mich eh frage ich mich eh schon die ganze zeit frage ich mich eh das fragt mich der heck das fragt mich eh heck ganze zeit ja ich komme nur hier hoch mehr kommen wir nicht ok kann ich hiervon jetzt einen pädagogisch sinnvollen wertvollen nutzen ziehen oder eher nein ich glaube mal eher nein die frage ist da echt wo ich jetzt hier hin soll wo muss ich denn hin weil ich raff es gerade granisch granisch ich raffe es gerade granisch leute wo soll ich denn jetzt hier hin soll ich da in das glas ding jetzt mal versuchen da irgendwie rein zu kommen kommt man denn da überhaupt ja da kommt man da irgendwie rein so was ist denn wenn ich jetzt sage ich möchte hierhin weil ich sind dann dann komme ich hierhin ok sehr toll komme ich dahin super toll bringt mir viel wenn ich es geschickt anstelle und zwar folgendermaßen geschickt anstelle und zwar so geschickt dann komme ich sogar hier hoch und kann unter umständen darüber fliegen die frage ist jetzt nun bringt mir das irgendwas da ist eine verschlossene türe ich probiere es jetzt ja ich bin zumindest schon mal wieder hier ja das ist schon mal ein very groß